Ja hallo zusammen, willkommen zurück bei Screenshooters, willkommen zurück bei The Division 2. Das ist jetzt das dritte Video, ich musste dummerweise mal wieder von vorne durchspielen, diese Part. Als ich in der Zwischenzeit den zweiten Teil geschnitten und gerendert habe, ist das Spiel abgestürzt. Freundlicherweise natürlich ohne ein Save-Game zu haben, aber gut. Übung macht der Meister und ja. Hat ja jetzt nicht geschadet, gucken wir mal was jetzt hier so weiter geht. Okay. Ich muss sagen, hier setzen wir noch meinen Freund hier ein. Special Freund. Schwupp. Und ab dafür. Das macht so schön die Vorarbeit hier. Das ist doch praktisch, oder? Ehrlich, ich finde das geil. Nee, 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 nee. So. Das erlebe ich jetzt so schön die Armut für uns. So schön. Bisschen Korn schläfen. Uiuiuiui. Oh, böse, was du jetzt hier machst. Oh. Oh, was, was, was macht der da? Okay. Okay. Ich sehe dich. Ich sehe dich mal nicht von dir aus. Au, 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 au. Zeig dich. Na, es kommt doch, Kleiner. Hey, was? Was denn hier? Mist. Ja, danke dir. Andere Deckung schon hier. Hopp. Naja, ich bin immer dran, wenn es spannend wird. Ich muss auch nachladen. Wir kommen. Gut. So. Komm ich dran? Ich komme mal. Ja, da sind ja doch mehr als ich dachte, ey. Ihr traut euch echt was. Mehr von da oben? Nein, mehr. Ja. Lade auch nach. Ich weiß nicht, wie das gefällt hier. Oh, scheiße. So, langsam mal wieder auf meinen Schutz hier aufpassen. Er ist gleich durchlöchert. Ja, so. Ist doch schon mal besser. Ich finde das gut. Wer lenkt die Eile ab? Oh, scheiße. Schön. Jetzt haben wir mal hier oben ein. Weißt du? Okay. Und da. Und was haben wir da hinten? Dum 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 dum. Ein Medo-Pack. Das ist schön. Medo, Medi. Naja, ihr wisst schon. Ein Medizin-Pack. Okay. Weiter geht's. Kann ich nicht eigentlich... Schade. Es wäre echt schön, weil ich euch irgendwie einsammeln könnte. Naja, gut. Weiter geht's. Jetzt nichts. Okay. Ich habe einen Haufen Munition gefunden. Ich werde sie sprengen. Ja. Natürlich. Ich werde sie nicht. Oh, hoppla. Nein, 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 nein. Ganz im Ernst, die haben echt Aggressionen hier. Wirklich getan hab ich den noch gar nicht, oder? Ist jetzt so? Boah. Ein bisschen besser ziehen wir aber nicht. Ja, nein, nein. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ja, ich kann immer mal dieses nachladen. Gut. Jawoll, rüber hoch. So, eine kleine Olle-Rumsbirne. Ja, jup. Ey Arschloch. Ich gebe dir gleich ein Arschloch. Ah, ihr werdet weniger. Ich nicht. Woher sie sind? Woher sie sind? Die Explosion war hässlich. Ich hoffe, ich atme keinen Respekt. Daru da! Ja, jetzt nur noch dich hier. Na? Ach, tu uns beiden noch einen Gefallen hier. So, ist fein. Weiter geht's. Call the elevator. Ich hoffe, es gibt auch schöne Aufzugsmusik. Aufzugsmusik. Du 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 du. Okay. Okay. Da gehen. Ja. Schauen wir mal. Was haben wir hier? Ganz viel hoch. Ganz viel Feuer. Ich weiß nicht. Ja. Wunderbar. Ich sagte schon, dass ich das toll liebe, oder? Das räumt so schön auf. So schön. Geht weiter. Oh, da seid ihr. Richtig gut hier hingestellt. Dope Stellung, doope Stellung hier. Na so, noch ein bisschen sichten, wo ist hier wer und wer es will wer. Wer soll das auch schon anrollen, ne? Niemann ja komische Geräusche. Echt? Hat der das Feuer überlebt? Ja, da müssen wir dann ein bisschen was gegen unternehmen. Was ist denn jetzt der Einzige noch? Oh, da wuselt hier irgendwann auch ein anderer rum. Echt Scheiße. Hier hin. Da ist er. Schauen wir mal. Einer von zwei wird hier drin sicherlich rumkippen. Oh. Muss das? Ok, das war's. Mal kurz. Das Plündern. So, irgendwo hier. Oh Scheiße. Oh. 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 Gibt's denn da sowas, eh? Danke für... Oh. Oh. Danke für das Gespräch! Na komm, gehen wir weiter hier. Ich gehe irgendwo was rum, was man gebrauchen kann. Hier sind ein paar komische Körper. Ansonsten scheint es ja hier nichts zu geben. Mal wieder da blödernd. Ja hier. Probieren wir das gute Stück mal aus. Okay, da ist die Tür. Tür öffnen. Tatum, 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 tatum. Ich bin auf dem Dach, warte auf Verstärkung. Ich kann Sie sehen, Kelso. Und den Saint? Ich weiß nicht, wie er aussieht, aber da oben sind eine Menge Gegner. Nicht mehr lange. Eine Menge Gegner? Oh. Hier ist niemand. Hier ist niemand. Wo bist du? 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 Ist er weg hier? Wo bist du? Wo gibt's? Wo ist meine Gegner? Wo wird es? Wo ist meine Gegner? Ich hab sofort gesagt. Wo ist er immer noch? Hier ist alles. Wo ist er. Wo ist es? Wo ist er? Ey. Ja, von da hinten das Ding, das trifft doch nicht. Okay, weiter nach vorne. Okay, das scheint es gewesen zu sein. Die Musik ist nicht mehr dramatisch. Ähm, ja. Ich brauche vielleicht gleich Verstärkung, aber Gott, das ist ja jetzt was anderes, ne? Mhm. Gut, gut. Ich würde mal sagen, wir gehen weiter. Ein Moment der Stille. Ups. Nichts ist, nichts ist. Dann, heißt es so für mich? Hier, weiter gucken. Keine Neustartzone. Okay. Fall schon, ja. Kurz aufkraschen, alles egal hier. Ja. Lass uns mal schauen, was wir hier so ausrichten können. Und los geht's. Ja, ich bin doch schon dabei, du. Nase. Geh weiter. Oh. Oh, hier können wir doch mal meinen Special Friend einsetzen. Unterparken. Und da parken. Schon mal die ersten Probleme erledigen, oder? Das war doch erstmal schon mal ne schnelle Nummer hier. deckung beim dankeschön hinten wird sie nie angeschlichen wo ist er denn nur sagen dass wir uns erst mal um die hier vor der nase sind das macht noch mehr sinn glaube ich weg 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 ein bisschen schutz suchen da stelle wechseln sehr irritiert gesundheit sorgen das tut sehr weh und 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 wo ist er und 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 Jetzt nur noch den Affen nach Schnelle Stellung hier wechseln Schwupp So Wir werden uns hier einkreisen Die brauchen wir nicht mehr Gibt es noch jemand hier? So, ja, guck mal hier Der schwebt Der schwebt Äh Munition, Munition kann man immer gebrauchen Ich nehme alles mit Was haben wir hier um? Wir werden dann So, weiter geht's Da ist er Deine Mutter hat uns geschickt Geht es dir gut? Wer Wer bist du? Was ist los? Sie steht unter Schock Ich bring sie runter sobald sie so weit ist Wir treffen uns später im Theater Okay Ups Mission Zill Zum Atrium zurückkehren Ja, ich würde sagen Das machen wir dann im nächsten Video Ich mache jetzt hier wieder eine kleine Pause Und Ja, sagt Ciao Bis bald Bis bald Bis bald Bis bald Ja, Mama